Ja, Moin Lieferpastelfreunde. Mein Kuppel Marco, passionierter Angler, ist neulich auf mich zugekommen und er hat die Hämmer gesehen und war ganz begeistert und meinte, ob ich nicht einen Totschläger für die Fische hinbauen könnte. So, dann haben wir eine kurze Zeitung gemacht und das sieht so ähnlich aus, ein bisschen wie der Kluppwild und wir lassen hier vorne trotzdem eine Stahlwelle ein, die frei und her schwingen kann, so ähnlich wie bei dem Schonhammer. Dazu werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen Eichenholz erholen. Auf geht's, kommt ihr mit? Die sind, glaube ich, zu groß. Ein schönes abgelagertes Stück wäre nicht schlecht, also irgendwas, was schon Patina angenommen hat und ich glaube, das hier ist schon ganz gut. Das kriege ich auch noch ganz gut in der Kreissäge bearbeitet. Ich hoffe, das fällt nicht alles zusammen. Okay, das sollte passen. Das ist gut! Wirklich? Das ist so sau. Das ist so, wenn ich dec sete die Fische hin. Dann gebe ich selbst vor. Letzatbe ist ein bisschen mehr so gut, das ist keine Ahm und ich weiß, aber sind alle krise oder nicht alle krise oder krise. Anja Kraft. Ich bitte verandaue, was мне nicht mehr so gut wird, wenn ich es nicht mehr so gut verlehe, dass ich mich hinbeu soll. Das ist, wenn ich nicht mehr so wunderbar, weil ich meine Butter und ich nicht mehr so gut beflue. Das war's für heute. Schrauben wirken. Das war's für heute. Butcher Stamm Gläubige Gläubige Fläubige Die Wiener Die Wiener Die Wiener Die Wiener Das wird gut gegründet, was du fangen. Die Wiener Sieg Die Wiener Die Wiener Die Wiener Die Wiener K inte wang, das nächste Knoten und Englisch Knoten 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 Nimm das Last. Koolstern und den Schm counsel. 2. KC 1-4-2 Rätten und machen. 3, KC 2-4 KC 2-3 KC 3-4 Rätten. 3, KC 3-4 Läubien und mit dem Tanner. 8, KC 3-4 Gäuer. fiel mitnehmen. So, Marco, jetzt musst du nur noch die Fische fangen. Also, Petri heil! Bis zum nächsten Mal!